Liebe Patientin, lieber Patient, Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Deshalb achten wir in unserer Zahnarztpraxis auf sorgfältige Hygiene in allen Bereichen. Was alles dazu gehört, erfahren Sie in diesem Video. Wir bieten Ihnen in der Praxis die Möglichkeit, Ihre Hände zu desinfizieren. Dafür stellen wir Ihnen ein medizinisch geprüftes und hautverträgliches Desinfektionsmittel in einem praktischen Spender zur Verfügung. Unser Team reinigt und desinfiziert regelmäßig alle kritischen Oberflächen. Dazu gehören Behandlungsstühle, Spülbecken, Lampen und Schläuche. Außerdem desinfizieren wir regelmäßig die Türgriffe und Lichtschalter unserer Praxisräume. Alle benutzten Instrumente werden nach jeder Behandlung gründlich gereinigt, desinfiziert und sterilisiert. Der Sterilisationsvorgang wird von einem Computer überwacht und protokolliert. Auch die Zahnarztbohrer und die Ultraschallgeräte für die Zahnsteinentfernung werden nach jeder Behandlung sorgfältig gereinigt und desinfiziert. Außerdem werden sie regelmäßig in einem computergesteuerten Gerät sterilisiert. Aus hygienischen Gründen verwenden wir weitgehend Einmalartikel, die nach jeder Behandlung sicher entsorgt werden. Dazu zählen Handschuhe, Umhänge, Spülbecher, Speichelsauger, Injektionskanülen und mehr. Unsere Atemschutzmasken entsprechen dem geforderten FFP-Standard. Nachdem wir Zahnersatz und Zahnschienen aus dem Dentallabor erhalten haben, desinfizieren wir auch diese gründlich, bevor wir sie in den Mund einsetzen. Unser Team absolviert regelmäßig Fortbildungen, damit wir Ihnen Hygienemaßnahmen auf dem neuesten Stand garantieren können. Außerdem überprüft das Gesundheitsamt in jeder Praxis immer wieder die Einhaltung aller Hygieneregeln. Sie sehen, wir betreiben einen ziemlichen Aufwand, um ein Höchstmaß an Hygiene in unserer Praxis zu garantieren. Das ist, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, mit viel Arbeit und hohen Kosten verbunden. Aber das ist es uns wert. Denn letztlich wollen wir nur eines, dass Sie sich bei uns sicher fühlen. Bis zu Ihrem nächsten Termin bei uns.